Er gilt als einer der größten Köpfe der Physik. Der Nobelpreisträger Wolfgang Ernst Pauli formulierte 1925 das nach ihm benannte Pauli-Prinzip, eine quantentheoretische Erklärung dafür, wie ein Atom aufgebaut ist. Doch nicht nur das. Pauli sagte auch das Neutrino in der Theorie voraus und das 25 Jahre, bevor es tatsächlich beobachtet werden konnte. Und noch etwas sollte unvergessen bleiben, der äußerst mysteriöse Pauli-Effekt. Der Physiker war bekannt dafür, dass in seiner Anwesenheit Experimente misslangen, Geräte kaputt gingen und Maschinen zu Bruch gingen. Teilweise bekam er deswegen sogar Laborverbot. Wie kann das sein? Clixoom Science & Fiction. Hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen! Und danke für euren super spannenden Themenvorschlag aus der Community. Wolfgang Pauli war nicht nur einer der bedeutendsten Physiker des zwanzigsten Jahrhunderts, sondern ganz sicher auch ein schräger Vogel. Schon mit 13 Jahren beschäftigte er sich mit physikalischen Aufsätzen und bereits drei Jahre nach seinem Abitur hatte er sein Physikstudium mit dem Doktortitel in der Tasche. Selbst der große Albert Einstein bewunderte Paulis Abhandlung über die Relativitätstheorie. Doch der hatte neben der Physik vor allem eine Sache im Kopf. Party, Party und nochmal Party, früher am Morgen fand man ihn meistens in der Kneipe. Der deutsche Physiker Max Born berichtete später einmal, ich erinnere mich, dass er mehr als einmal die Vorlesung um 11 Uhr verpasste. In Hamburg wurde Pauli dann zum Professor, er selbst beschrieb das so, als ich nach Hamburg kam, wechselte ich direkt vom Mineralwasser zum Champagner. Alles aber kein Problem für seine Karriere, schließlich sollte er im Jahr 1945 nicht umsonst den Physik-Nobelpreis bekommen. 1924 befasste Pauli sich intensiv mit Molekülspektren und erklärte diese mit einem inneren Drehimpuls des Atomkerns, heute auch als Kernspin bekannt. Ein Jahr später postulierte Pauli dann eine vierte Quantenzahl, die wir heute als Elektronenspin kennen. Damit erklärte er die Aufspaltung von Spektrallinien im Magnetfeld. Der Physiker entwickelte ein Ausschlussprinzip, das heute als Pauli-Prinzip bezeichnet wird. Vereinfacht gesagt kann ein Elektron nicht den Zustand annehmen, den ein anderes Elektron bereits annimmt. Zwei Teilchen gleicher Quantenzahlen können sich also nicht am selben Ort aufhalten. Dieses Prinzip erklärt auch, warum eine magische Anzahl von Kernteilchen Elemente besonders stabil macht, bzw. dass Materie nicht einfach so in sich zusammenfällt. 1930 kam dann Paulis Vorhersage eines winzigen, neutralen Elementarteilchens hinzu, dass die Energiebilanz beim Beta-Zerfall wieder ausgleichen würde. In einem Brief schrieb er dazu an seine Kolleginnen und Kollegen:"Heute habe ich etwas Schreckliches getan. Etwas, was kein theoretischer Physiker jemals tun sollte. Ich habe etwas vorgeschlagen, was nie experimentell verifiziert werden kann." Die meisten seiner Kollegen taten seine Gedanken damals noch als Humbug ab. Hinzu kam, dass Pauli nicht besonders viel Wert auf Veröffentlichungen legte. Neue Gedanken und Ideen schrieb er lieber in Briefen. Dazu Pauli:"Ich kann es mir leisten, nicht zitiert zu werden." Bezüglich seiner Entdeckungen ergänzte der Physiker dann auch, dass man sich die Suche nach der Quantenzahl als auch nach dem von ihm postulierten Elementarteilchen sparen könne. Beide waren seiner Ansicht nach nämlich keinesfalls messbar. Damit lag er aber falsch. Denn nicht nur die Eigenart von Elektronen, die wir heute als Spin bezeichnen konnte, nachgewiesen werden. Auch die spektakuläre Entdeckung des Neutrinos folgte ganze 25 Jahre später. In der Fachwelt war Pauli aber nicht nur wegen seiner wissenschaftlichen Leistungen bekannt. Er genoss einen ganz besonderen Ruf. Denn er galt als Forscher mit zwei linken Händen. So heißt es, dass er beispielsweise rund 100 Fahrstunden brauchte, um den Führerschein machen zu können. Berüchtigt war der Physiker auch, weil seine Anwesenheit in den Laboren dieser Welt zu einem kuriosen Effekt führte. Sobald Pauli in der Nähe eines Experimentes war, funktionierte dieses nicht mehr. Aber nicht nur das, auch Geräte und Maschinen gingen kaputt. Der Experimentalphysiker Otto Stern verbot seinem Kollegen deswegen einen Fuß in sein Labor zu setzen. Manche Physikerinnen und Physiker nannten dieses Phänomen, das man auch als Pauli-Effekt bezeichnet, im Scherz auch das zweite paulische Ausschließungsprinzip. Es ist unmöglich, dass sich Wolfgang Pauli und ein funktionierendes Gerät im selben Raum befinden. Pauli selbst glaubte fest daran und nahm es mit Humor. Bei einer Sitzung der Deutschen Physikatischen Gesellschaft fiel der Diaprojekte aus und Pauli stand auf, um sich selbst und den Pauli-Effekt voller Stolz zu präsentieren. 1950 befand sich Pauli an der Princeton University. Hier brannte der Teilchenbeschleuniger. Auch der Vorfall in Göttingen ist unvergessen. Hier ging ein wertvoller Apparat kaputt und das Forschungsteam vor Ort betonte, dass es diesmal ja nicht an Pauli liegen könne. Schließlich sei dieser ja zur fraglichen Zeit nicht in der Nähe gewesen. Doch dem war nicht so. Paulis Angaben zufolge hatte er wohl genau zu diesem Zeitpunkt bei seiner Reise nach Kopenhagen einen kurzen Stopp in Göttingen gehabt. Und ein Beispiel belegt den Effekt, wie ich finde, am eindrucksvollsten. Der italienische Physiker Giuseppe Occhialini wollte Pauli einen Streich spielen. Er konstruierte einen Pauli-Effekt. Eine Hängelampe wurde so befestigt, dass sie herunterfallen würde, wenn Pauli eine Tür öffnete. Alles war präpariert und als Pauli eintrat, funktioniert es natürlich nicht. Die Lampe fiel nicht von der Decke. Ja, also es ist praktisch wieder schiefgegangen. Es ist und bleibt also absolut mysteriös. Auch wenn es viele Beispiele gibt und der Pauli-Effekt auch oft dokumentiert wurde, kann er wissenschaftlich gesehen nicht erklärt werden. Sogar Stephen Hawking schrieb später darüber, böse Zungen behaupten, er brauche sich nur in einer Stadt aufzuhalten. Denn schon gingen alle dort durchgeführten Experimente schief. Aber wer weiß, vielleicht findet die Wissenschaft irgendwann mal die Erklärung für solche Phänomene. Denn es gibt sie ja tatsächlich. Kennt ihr jemanden mit allen solchen Phänomenen, wo etwas immer schief geht oder immer klappt? Schreibt's in die Kommentare. Nichtsdestotrotz, Wolfgang Pauli gilt als einer der größten Köpfe der Wissenschaft. Die Vorhersage des Neutrinos und die Formulierung des Pauli-Prinzips gelten als Meilensteine in der Physik. Superschwere Elemente. Die Jagd nach neuer Materie. Anklicken, anschauen und den megacoolen Kanal von Dr. Watson unbedingt abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.